Radio Regenbogen präsentiert Zucker, Wagg und Häusl, das große Festival an der Eremitage in Wagg-Häusl vom 29. Mai bis zum 2. Juni. Live-Musik von der ersten allgemeinen Verunsicherung der Queen Show, Bohemian Rhapsody, La Brass Banda, Matthias Reim und Adel Tawil. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende ging? Mit Foodtrucks, Oldtimern und dem Markt Gartenkunst und Handwerk. Zucker, Wagg und Häusl, das Festival vom 29. Mai bis zum 2. Juni. Infos und Tickets unter z-w-h.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.